Willkommen zurück bei Skyrim Wir sind auf Solstheim angekommen im letzten Part und jetzt sollen wir... Moment, ich muss eben die Quest sortieren... Nein, nein, Moment... So, genau, wir gehen jetzt runter in die Mine. Versucht es in den unteren Ebenen der Mine. Ich selbst habe es nie so weit geschaffen. Wir gehen jetzt hier runter und gucken mal, ob der alte Mann verrückt ist oder ob er recht hat. Ja. Bleibt das wie... Danke. Natürlich wieder im Holz stecken geblieben. Ich habe zwar nichts gesehen, aber... egal... wir liegen im Skelett. Es hat sogar ein bisschen Gold dabei. Na gut, er hätte gesagt, wir sollen es auf den unteren Ebenen versuchen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach... was? 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 1 im dunkel ist es ja noch mal ich jetzt auch nichts wir sind überall kisten von den ost von der ostkaiserlichen handelsgesellschaft danke sehr schön wir fangen die ganzen seelen ein hihihi und hier hat es wohl nie dran vorbeigeschafft so wie es aussieht so das haben sie abgeriegelt hier experte knack knack ok so diamant, diamant, gold, rubin, safir, smaragd, smaragd, zaubertrank und ostkaiserliche anhänger wo wo net ok ok hier bei bei Der eine hat sich zum Glück selbst geplättet. Was hast du denn so... Woops. Oh shit. Das sind mehr als ich dachte. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich wollte genauer. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wow. Du hast noch Seele gefangen. das heißt unter 15 Sekunden Frank Lufth, ich verlass den hat er auch platt gemacht hey 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 okay warum immer der jetzt plötzlich wieder herkam uh boah was ist das denn für ein Scheiß ich hab nirgendwo gespeichert merke ich gerade verdammt ja scheiße man alles wieder von vorne na ich glaube ich gehe gleich da unten als werwolf durch so das möchte ich das ja auch wieder aufkriegen na bitte speichern ich probiere es einfach mal mal schauen ob das funktioniert ok 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das heißt... Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Das war's.